So ein Missgleich kommt der böse Will-Zerstörung. Alleine schaff ich das nicht. Du kommst wie gerufen. Sag mal, hilfst du mir, den bösen Will-Zerstörung zu zerstören? Genau deswegen bin ich hier. Keine Ahnung, mein Name. Du hast nur so eine bekloppte Stimme. Ist das deine Synchro? Ja, das ist meine Synchro. Hast du was dagegen? Wer hat denn die ausgesucht, sag mal? Weiß ich nicht. Ich mach hier nur meinen Job. Was ist denn jetzt so phasi? Wo bleibt der denn? Hey, wir müssen versuchen, dem Bösewicht Will-Zerstörung zu stoppen. Und was können wir gegen ihn tun? Sag's mir mal. Hey, ihn aufhalten. Irgendwie. Ja, dann lass uns einfach mit Gewalt zu ihm. So einfach geht das aber nicht. Warum denn nicht? Sorry, aber ich kann mich so nicht konzentrieren. Was ist denn das für eine Stimme, Mensch? Mensch, hör doch mal auf hier. Ja, Leute, es gab keine Kohle mehr für eine vernünftige Synchro. Alles ist für dich draufgegangen. Ja, und nur, das hört sich doch total dämlich an. Hör doch mal auf, auf mir umzuhören jetzt hier. Das geht aber nicht. Du hast ein einigermaßen normales Gesicht und er köpte seine Stimme raus. Das geht einfach nicht. Kriegen wir das jetzt noch einmal vernünftig hin hier alles, oder? Ja, mir liegt das doch nicht hier. Natürlich liegt es an dir. Ja, bist du ja. Denkst du wirklich, du kannst gegen mich gewinnen, oder was? Du bist zu früh hier. Wir müssen noch was klären. Ich bin niemals zu früh, du kleine Male. Du kannst nichts gegen mich ausrechnen. Warte doch mal. Erstmal müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier machen, Mensch. Ey, was ist denn los, Mann? Ey, Mann, der kann sich nicht konzentrieren hier. Warte mal, was ist denn das für eine bekloppte Stimme, der? Ja, das ist doch mein Problem. Ich meine, so schlimm ist die auch wieder nicht hier. Warum hörst du dich denn so dämlich an? Weil wir die ganze Kohle für andere Dinge ausgegeben haben, deswegen. Wir müssen das eventuell einfach weitermachen, oder was ist los? Also, ich bin der Rüppel. Das ist der Actionheld. Und das ist sein Gehilfe mit dieser dämlichen Stimme, oder was? Ja, genau. Das ist der Plan, ja. Dann lass uns das Ganze doch einfach mal so nachspielen hier. Mensch, das wird doch so eh nix. Also, ich komm rein, sag, ey, ihr wollt mich fertig machen, oder was? Und dann sagst du deinen Text? Natürlich. Denkst du wirklich, dass du mich nochmal schlagen kannst? Ich bin nicht alleine hier heute. Ja, ich bin auch dabei. Nee, also, Leute, ehrlich, mit so einer Stimme, das funktioniert so nicht. Wenn ihr weiter so miesepeter seid, dann wird da doch nix hier. Jetzt ist die Stimme sogar asynchron, das wird ja immer besser hier. Das funktioniert so nicht, das kannst du vergessen so. Was soll ich denn machen? Von mir kommt das Budget nicht. Oh, das ist einfach so. Nimm das so hin. War denn ehrlich gesagt, ich hab ihn gar nicht verstanden. Er ist so leise, du. Jetzt ist er auch noch total leise, ich versteh ihn gar nicht. Was ist denn mit seiner Synchrolobe? Nein, das ist einfach so. Nimm's doch hin jetzt. Oh, jetzt ist es total laut, was ist denn das? Oh, bist du nicht ganz sicher? Ich meine Ohren nicht. Bernd, wir müssen das irgendwie anders regeln. Das ist ein Schuss in den Ofen so. Und Action, bitte. So ein Mist, gleich kommt der böse Will Zerstörung. Ich muss das alleine schaffen irgendwie. Da bist du ja. Denkst du wirklich, du bist stärker genug, um mich zu besiegen? Ja, natürlich. Oder denkst du wirklich, dass du und dein lächerlicher Gehilfe da eine Bedrohung für mich seid? Ja, natürlich. Wir sind die Superschotten. Hör dir doch mal an, wie dämlich seine Stimme ist. Das kann doch gar nichts werden. Super, Leute. Genauso nehmen wir dir noch einmal bitte das Ganze und du einen kleinen Ticken bescheuert dir die Stimme. Dann ist es perfekt, ja? Bitte. Hör dir mal auf, auf mich rumzuhacken jetzt hier. Hör dir mal auf, auf mich rumzuhacken jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020